Hey, EBP, aufwachen! Initializing Interface. Initializing Command Interface. Ja, moin EBP, kannst du die letzte Aufzeichnung löschen? Nein. Äh, warum nicht? Diese Ordnung contradicts deine initiale Instruktion. Will ich dir zeigen? Nene, das ist mir... Commencing Playback. Ja, geilo, dann schneid mal fleißig mit und danke für deine Hilfe. Ähm, mitschneiden und form meine Let's Plays ein. Ja, 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 ist mir schon klar. Aber hast du gesehen, was da in der letzten Folge irgendwie abgegangen ist? Yes, you are super brave. Was bist du denn? Ein Glibberwesen? Geil bist du... Sauron, leck mich fett! Alter, komm mal klar! Es ist fucking Sauron. Glibber Sauron. D-Shit. Ja, ne, aber das meinte ich nicht. Ich meinte eigentlich eher so die Fahrt mit dem Hovercraft. Oh, du meinst das. Du bist super stupid. Irgendwie ist das Ding stabiler geworden, habe ich das Gefühl. Also ich habe einen mobilen Konstruktor aufgebaut, aber deswegen sollte ja eigentlich nicht so viel langsamer sein. Was ist hier los? Ey, EBP, ich kann das wegmachen. Ich kann auf jeden Fall noch wieder düsen. EBP. Das ist hier gar nichts. Das ist ganz cool, wenn ich Treibstoff brauche, aber so zum Fahren ist halt Assi. Mein Schiff, dass ich mir tatsächlich so irgendwas brauche, damit man mich vernünftig strafen kann. Das ist halt... Das steht ein. Jedes Mal. Jedes Mal passiert das. Warum passiert das jedes Mal? Habe ich so eine Unwucht in der Karre? So, jetzt. Meine Güte. Alter! Komm mal klar. Ich hätte gefunden. Durch die Eingang nicht durch, durch die Eingang nicht. Das geht nicht. So. Ja, jetzt. Nein! Alter! Ich muss in meinem Design echt noch feilen. Du drehst dich jetzt... Da! Jetzt blei... Vielleicht ist der Fall wieder zurück, wenn er so weiter geht. Trifft König. Lass das jetzt. Aber jetzt weiter! Ich hab's gestorben. Buh! Nein! 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 Komm, klar. Ausfangen. Da gibt's nichts dahinter. Alles klar. Ja! Brrrr! Viele Dinos! Nein! Ein Stein! Nein! Ein Pilz! Nein! Nein! Ein Baum! Ach! Komm schon! Ja! Weißt du was hier, Bibi? Halt einfach die Fresse! Das ist nicht sehr nett. Ich wollte auch nicht nett sein. Du sollst den Scheiß löschen. Das kann man doch echt keinem anbieten, ey! Aber du hast interessante Pläne gefunden. Du sollst den Scheiß löschen. Ich pack ein, Jöte. Dann haben wir unser erstes Ziel. Das lass doch einfach meine Sorge sein, ja? Nein! Alter, du Kackding! Ich dekompilier dich! Ausgeburt eines sadistischen Informatikers! Nein! Wie, nein? Nur nicht! Ich bin ein inhärentes Teil Ihres Kanal und du wirst eine Sekunde ohne mich dauern. Nein! Hast du ein Rappel oder was? Nein! Ach, halt die fiese Fresse, ey! IBP aus dem Systemverbund entfernen! Alexa! IBP aus dem Systemverbund entfernen! Tut mir leid, aber die Erkennung konnte derzeit nicht abgeschlossen werden. Versuche es später nochmals! Ach, leck mich doch einfach! Das kann es nicht wahr sein! Ei! Ah...